Hey, ho Tim! Okay, ein bisschen geil find ich's schon. Vielen Dank, dass du an meinem Adventskalender teilnimmst. Das Video sieht etwa 60 bis 90 Sekunden lang werden. Starte mit einer kleinen Begrüßung. Stell dich vor, wer du bist und auch gerne, was du machst. Wieso liest du jetzt das Skript vor? Mach einfach. Dann kommen hier deine Witze. Dein Thema ist Versaute Witze. Schatz, du hast mich geheiratet, weil ich feinfühlig, verwegen und geheimnisvoll bin, oder? Sie? Nein, ich habe dich geheiratet, weil ein Vibrator keinen Schrank aufbauen kann. Man sagt nicht mehr Fickbeziehung, sondern Unterleibsinteressengemeinschaft. Ich bin schwul. Ist das, dass du mal kein Fleisch mehr isst? Nein, Oma, das heißt, dass ich mit anderen Männern rummache. Ach so, Puh, Fleisch ist nämlich ganz schön wichtig. Unges, direkt getriggert. Ich wusste ganz lange nicht, wie man sich vom Nachbarn zuckern leiht, aber dann habe ich ein 1A-Tutorial auf Pornhub gesehen. Möge die, die es mit dir macht, mit dir sein. Ich habe mir gerade meinen Sack rasiert. Oh Mann, wie so einer mit Hoffnung. Gestern einen süßen Typen kennengelernt. Ich habe mich als gute Christin gefragt, was würde Jesus tun? Ich habe mich anschließend nageln lassen. Die Freunde meines Sohnes haben echt lustige Spitznamen. Mich nennen sie zum Beispiel immer Milf. Kleine Verabschiedung am Schluss mit Hinweis auf Daumen rauf und dass man unsere Scheißkanäle abonnieren soll. Und das war's dann schon. Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Mich hau. dwell